Die Radandoa-Kämpfer feiern ihren Sieg nach dem Rückzug der US-Truppen aus zwei Stellungen in der Nähe, verlas ein offizielles Statement über den strategischen Rückzug im Laufe kleinerer Gefechte. Aus Springfield, Texas nach der obligatorischen Pockenimpfung. Impfhelfer konnten nicht sagen, Sie sollten uns sagen, was Sie wissen. Es ist unser Leben. Dramatische Bilder des Senders Freies Indonesien zeigen den Daradandoa-Führer zu Hadi Sadono mitten im Kampfgeschehen. Es bleibt... Zu viele Geräusche in der Leitung. Ich bin nicht sicher, ob ich sie mit Sarah verbinden kann, bevor wir landen. Die Agency-Akt über Pandora Tomorrow ist fertig, wenn du landest. Dort ist recht. Es ist Sadonos Lebensversicherung. Wenn ein Anruf verpasst, wird der Virus freigesetzt. Wir impfen in Springfield, Texas. Aber bis wir wissen, wie viele Behälter es gibt und wo sie sich befinden, wissen wir Sadono wie ein rohes Ei behandeln. Hat Grimm die Anmerkungen zum Pocken-Virus geschrieben? Ja, auf ihre Art ist sie eine Dichterin. Aber das bringt uns zur Sache zurück. Wenn wir in Indonesien Fehler begehen, könnte der Virus überall in Amerika freigesetzt werden. Jederzeit. Tut mir leid, Fischer. Ich bekomme Sarah nicht. Ich kann ihr sowieso nichts sagen. Okay, nächstes Level. Verarbeitungsanlagen. Kondang, Indonesien. 12. April 2006. Auch wieder ein muslimisches Land übrigens. Äh, 1512. Folgen Sie Sadono und hören Sie seine Gespräche ab. Pandora Tomorrow ist das. Codewort für Sadonos Absicherung gegen US-Angriffe. Durch tägliche Anrufe bei unbekannten Kontaktleuten in der USA verzögert. Was? Er die, also verzögert er die Freisetzung des Pocken-Virus um jeweils einen Tag. Wenn er getötet oder gefangen genommen wird, ist die Freisetzung des Virus nicht mehr auszuhalten. Hören Sie Sadonos Pandora Tomorrow Anrufe ab, um die Position der Virusbehälter festzustellen. Und los geht's. Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Ach, ach. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displace International durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut. Mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost-Army-Operation. Er wird dich einweilen. Oh mein Gott. Ein Gegner. Was zum Teufel machst du? Die Mission ist beendet. Was zum Teufel machst du? Die Mission ist beendet. Wieso? Mission gescheitert. Sie sind nicht mehr zurechnungsfähig. Doch, ich kann noch rechnen. 1 plus 1 ist 4. Seht ihr, ich kann noch rechnen? Hallo Shetland. Fischer. Mein Gott, man trifft dich an den ungewöhnlichsten Orten. Leck! Ich hoffe, nächstes Mal ist's in den Staaten. Wird dir gerne ein Bier ausgeben. Und hören, wie Sarah geht. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Was ist das für eine Ghost-Army-Geschichte? Psychokrieg. Ein Ablä... Während die quatschen, lesen wir uns wieder ein paar Sachen durch. Wir haben keine. Oh doch, das haben wir. Betreff. Eigentlich die Datei über das Kun-Lang-Lager. Goldene Streich. Ablaut 12.04.2006. 15.15. Quelle dem Grimmsortier. Anmerkungen. Sadona hat bereits zu den früheren 90ern Verbindungen zum Drogenhandel im goldenen Dreieck geknüpft. Als er noch ein kleiner Ganove in den Straßen von Kiraban war. 1996 kam er zu... Was kam es zu? Ersten Kooperationen, als der... Was... Deo, keine Ahnung, seine Dienste zur Absicherung der Schmuckeloperation in den Bergregionen anbot. Als die CIA, der, keine Ahnung, keine Ahnung, bla bla bla, den Geldheim zudrehte, verdoppelte Sadonus seinen Einsatz im Heroinengeschäft und verzehnfachte seinen Gewinn. Ein schönes Beispiel für Sadonus fähren Zellen in die Idealismus. Das Lager von Kun-Lang ist eine erschreckend ergebliche Milchkuh vollgestopft mit Waffen. Und was will denn entschlossenen Kämpfern? Autor Grimmsdott hier. Und weiter geht's. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten die Einsatzziele haben. Was mich betrifft, so sollst du Sadonus Flugzeug im Lager sabotieren. Naja, wo ich schon mal in der Gegend bin? Danke. Ich habe ein Dutzend Scharfschützen um das Lager platziert. Du wirst sie nicht sehen, aber du solltest sie nicht vergessen. Okay. Also fangen wir jetzt an mit der Mission. Was zum Teufel machst du? Die Mission ist beendet. Hä? Lustig. Lustig. Und? Oh. Okay. Jetzt aber wieder gescheit, ne? Jetzt wieder serious bleiben. Krawatte lockern. Okay. Wir dürfen dreimal erwischt werden, höchstens. Oder nur zweimal. Wenn wir dreimal erwischt werden, haben wir verloren. Oh Gott, an sich ist der Weg, kann ich mich sehr gut erinnern. Ich sage nur Minen hier in solchen Feldern. Naja. Da bewegt sich, Schwarz. Oh! Dürfen wir töten? Leck! Ich schaue mal, ob wir töten dürfen. Kommt! Sicherheitsstufe... Das hängt mich nochmal gut an. Sicherheitsstufe 1. Schusssichere Wester anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdecken. Deck werden. Sei vorsichtig, Fischer. Tarnung ist das A und O bei dieser Version. Ahnung, ich falle mich hier einfach durch. Wann ist alle? Okay. Ich glaube, hinter dem Zelt ist ein schönes Plätzchen für den. So, hier. Schönes Versteckchen. Nur für dich. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall. Wir dürfen töten. Yippie! Das wird wieder so eine Mission wie in Paris. Ach, wie schön. Ich weiß auch, dass wir hier im Freiden sind. An der frischen Luft. Ach, so schön, dass es tut gut. Da riecht man auch leichter den Gestank von Sam. Und das wird uns dann später zur Verhängnis werden. Okay, hier ist nichts. Keine versteckten Minen oder whatever. Und der Sam ist voll des Läufer. Er hat eine Bierflasche oder eine Whisky-Fasche in der Hand. Ist hier was? Nee. Okay, doch. Ringengeschoss. Ringengeschoss. Und ein Objekt. Was ist das? An die Lichtschalter. Okay. So, wieder nachtsig, damit ihr das seht. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Das Level erinnert mich jetzt irgendwie an Ost-Timo. Ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Keine versteckten Minen. Da kommen welche. Geht weg. Bitte. Schnell weg, da. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier ist es zu hell. Hier ist es dunkel genug. Na, ich glaub den. Schaff ich so. Niemand. Jetzt halt die Klappe. So, du kommst erst mal mit. Ich trage hier den Typen rum. So, wo ist es denn hier? Ich glaub da vorne war es sehr schön dunkel. Genau, da in diesen Mäuschen. Genau hier ist es. Ein guter Ort für ihn. Hier kannst du deinen Nachmittagsschläfchen halten. Oder dein Abendsschläfchen. Whatever. So, wo ist dein Kollege? Ich finde das Fernglas total cool. Ich glaub das werde ich öfters verwenden. Schade, dass wir das Licht nicht ausklipfen können. Aber das Licht ist in dem Fall das Tageslicht. Und wir können ja die Sonne nicht einfach zerstören. Das geht nicht. Es sei denn, wir schicken eine Rakete drauf. So ne. Oder alle Atombomzen in der Welt. Die tun wir dann umwandeln in Nuklearraketen und die schicken wir dann auf die Sonne. Aber ich glaub die Sonne wird es trotzdem überleben. Na ja. Wo ist denn der Typ sie jetzt? Oh Gott. Quicksafe. Hä? Was ist denn da hinten? Das sieht ja komisch aus. Oh Gott. Scheiße war das knapp. Seht ihr was das ist? Fuck. Ich zeig euch mal was das ist. Gehen wir da drüber? Was passiert sowas? Und dann kommt auch der Typ sie da. Fuck. Das darf nicht passieren. Das heißt wir können es aber auch deaktivieren. Ich glaub das waren die Dinge. Das waren die Dinge die ich im ersten Jahr wieder gemeint habe. Als ich davon erzählt habe. Dass man die Dinge mitnehmen kann. So. Fuck. Puh. Das Wärme wieder geht. Das ist super. Und hier ist wieder so ein Ding. Ich frag mich ob wir die Dinge einsetzen können. Ja deaktivieren heißt in dem Fall nur deaktivieren. Das heißt wenn ich gleich mitnehmen. So. Ach der steht aber sehr günstig. Der muss versteckt werden. So dann wieder mal wieder ein bisschen Leichen rumschleppen. Säuft. Naja. Das hilft nicht. Wir müssen es halt machen. Auf das spielt halt das Spiel. Leider. Aber ich glaub ab Chaos Theorie müssen wir das nicht mehr machen. Also ab dem nächsten Spinner Salad's Play vermute ich mal. Okay. Jetzt hoffe ich nur dass bald die Sicherheitsstufe runter sinkt. Dann wird hier wieder ein bisschen unauffälliger sein können. Oh Gott. Oh Gott. Die Dinge sieht man aber auch sehr leicht. Alter. Achso. Die haben wir schon deaktiviert. Okay. So hier ist noch ein Teil. Ah. Jetzt aber. Hä? Also ich muss wahrscheinlich hier an diesem Ramp-Ding hin. Jawohl. So. Wenn ich eins davon entferne wird das andere deaktiviert. Hier noch. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus. Also ich kenne das Level nicht so gut wie die anderen vier Level vor diesem Level. Oder war es? Waren es vier Level? Ja es waren vier Level. Aus Timur. Dann war es Paris. Der Zug. Und scheiße. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Jetzt lade ich. Das ist mir. Das war ja oberpeinlich. Hinter dem Baum zu verstecken ist ganz gut. Aber man kann doch irgendwie die Luft anhalten habe ich in Erinnerung. Moment. Ich will jetzt checken wie es geht. Irgendwie war es mit STRG oder? Mit der Umschalttaste? Ne auch nicht. Wie geht denn das? Ah ja. Rechte Maustaste war das. Rechte Maustaste. Ich wette im ersten Splinter 7. Let's Play war es genauso. Naja. Hinten ist denn wieder so. Ich denke. Das war knapp. Fast werde ich da rein hier laufen. Sprengsätze am Flugzeug anbringen. Ich glaube wenn ich das gemacht habe, war ich wieder in der Aufnahmepause. Dann haben wir genug Parts für diese Woche. Da muss es nicht wieder am Sonntag wie heute werde ich hochladen. Dann haben wir auch ein paar Parts für Samstag und Sonntag und Freitag und Donnerstag. Na Donnerstag hatte ich glaube ich noch ein paar Parts gehabt. So da kommt es mit. Dann können wir ja jeden Tag was hochladen. Dann könnt ihr jeden Tag einen neuen Parts sehen. Ist doch positiv. Aber ich glaube wenn ihr diesen Parts seht, ist es wahrscheinlich schon Freitag oder Sonntag. Oder Samstag, was auch immer. So ich glaube hier ist ein guter Ort. Ich weiß nicht. Hier ist es etwas hell noch. Komm, hier ist es überall hell. Das gibt es doch nicht. Kann ich die Lächel nicht irgendwie an so einem Stachel, ne an so einem Explosionsding in die Luft sprengen lassen. So dass es dann mehrere Kadaver zerhackt wird und die Kadaver dann, ich dann irgendwo verstecken kann. Ach egal. Meine kranken Gedanken werden immer kränker. Weil dann kann ich die Hauptrolle in dem Film Crank machen. Dann spiele ich so den Chef Chilios. Na wo ist es in den Dunkeln? Hier vielleicht? Ne, das ist immer noch. Ich will mindestens in so einem Dunkeln. Also mindestens in den ersten, vor dem ersten Strich da bringen. Siehst du was? Ich verstecke in diesem Haus. Hilft nichts. Hä? Ich glaube ich bin nach vorne gelaufen, kann das sein?